Vermählung Meier knöpft den obersten Hemdknopf zu, stellt den Kragen auf, legt die Krawatte um, sattes Kupfer zum marineblauen Einreier. Dazu ein weißes Hemd, die neuen Manschettenknöpfe, rot-gold, achteckig, Bulgari. Bei Böhmer muss es ein bisschen mehr sein. In der Kanzlei Böhmer behandeln einen selbst die Empfangsdamen wie Dreck, sieht man nicht nach was aus. Heute ist die Brunette am Empfang, Meier begrüßt sie mit Namen, sie nimmt es zur Kenntnis mit einem höflichen Nicken, Herr Meier, mehr ist bei der Brunette nicht drin. Meier riecht ihr Parfum, während sie vorangeht, ihn durch den langen Flur zu Böhmers Büro führt. Ein Duft wie teure Seife, pudrig-weiß. Betrachtet ihr kunstvoll geknotetes Haar, den schlanken langen Hals, die wippenden Perlenohrringe, den eleganten Schnitt ihres Kostüms. Ihre schmalen Absätze klackern hart über den Muschelkalkboden, aber bei jedem Schritt blitzen Preisetiketten an der Unterseite ihrer Schuhe auf. Die Häme, die bei diesem Anblick in Meier aufsteigt, löst die Anspannung. Er betritt Böhmers Geschäftszimmer, ein weitläufiger, lichtdurchfluteter Raum mit schwarzem Articot-Interieur, spürt weichen Teppich unter sich, während er auf Böhmer zugeht und die Aussicht durch die bodentiefen Fenster genießt, den Anflug von Schwindel, 14 Stockwerke über der Stadt. Böhmer verließ jeden Paragrafen des Vertragstextes wie ein Psalm mit tiefer, sonorer Stimme. Meier lehnt sich zurück, hört das Rauschen von Stoff, als die Götz die Beine übereinander schlägt, hört brings angestrengtes Atmen, in das sich ein leises Pfeifen mischt. Meier sieht hinüber zu den blanken Bankentürmen, betrachtet den Himmel, die Wolken, die sich in ihren Fenstern spiegeln, spürt das Brennen im Magen, spürt die geschwungene Lehne des Articot-Stuhls, deren Ecken gegen seine Schulterblätter drücken. Fast eine Dreiviertelstunde liest Böhmer. Als der ihn betreffende Absatz kommt, hält Meier den Blick gesenkt, konzentriert sich auf die glänzenden, chromen Beschläge des Schreibtisches. Die Vermittlungsprovision wird vereinbart mit 5,95 Prozent des Kaufpreises, inklusiv gesetzlicher Mehrwertsteuer. Gibt sich entspannt, fast gleichgültig. Mit der Beurkundung des Kaufvertrags ist die Maklerprovision verdient und fällig. Aber diese Formulierung versetzt Meier nach all den Jahren immer noch einen kleinen Stich. Wehmut über den verkündeten Endpunkt des Verkaufs, Freude über seinen feierlichen Abschluss. In keinem anderen Beruf hörst du so oft face to face, was du erhältst, ist verdient. Ein Teil in Meier ist jedes Mal wirklich gerührt. Natürlich hat er auch überschlagen, die Cortage sei ein Schnitt. Aber eine Zahl allein ist kein Erfolg. Der Blick der Götz, den sie Meier beim Unterzeichnen der Verträge zuwirft, warm und einen Hauch verschwörerisch. Brings forsche Signatur, ausladend und unleserlich, sein selbstzufriedenes Schnauben, als er den Füller verschließt. Die Brünette, die Meier ein Glas Wurf Clicquot serviert, servieren muss. Das ist Erfolg. Die kindische Freude auf Brings grobschlechtigen Gesicht, die so plötzlich aufblüht, dass Meier lachen muss. Die Erleichterung der Götz, eine Röte auf den Wangen wie nach körperlicher Anstrengung. Der Markt für gebrauchte Immobilien ist ein fragiler, emotional getriebener Markt. Deshalb ist er Meiers Favorit. Leid auf der einen, Lust auf der anderen Seite. Der Abschluss mildert, befriedigt. Und du bist die Brücke, verbindest zwei entgegengesetzte Gefühle. Rechnerisch wird nur der Kuchen aufgeteilt, die Position der Messerschneide tariert, bevor sie sanft durch die Schichten gleitet. Aber die Kunst ist, deinen Gästen das Gefühl zu geben, jeder von ihnen habe das größere Stück auf dem Teller. Weil es in Wirklichkeit nicht um den Preis geht, sondern um ein Verhältnis. Glück ist ein Verhältnis. Warst du ein guter Gastgeber, sind die beiden Kuchenteile zusammen stets größer als der Kuchen. Und dafür werden deine Gäste dich lieben. Meier spürt ein Brennen im Gesicht nach nur drei Schlucken. Das brennende Magen wird stärker, wird ein heißes Ziehen in den Eingeweiden. Meier schmeckt Salz zwischen der alkoholischen Säure im Mund, nimmt noch einen Schluck, trinkt sein Glas ganz aus, bevor er geht. Wert ist keine Zahl, wert ist ein Gefühl. Herz ist Floyd. Be talk der vender die승lose Säure im Mund, die rörste wirdよね. Das kuchen wir im Mund, mit jedem Lichtverschmest und ins Bildern. Und keeps flowing geht es um Entschutz. Also, wir erleben noch das nächste StiftShape. Und wir sehen das Jahr im Mund, dass wir uns jetzt auf der Schaden lösen. Die KircheДаume vom Google Schaden